Beamte hätten bei einer Hausdurchsuchung von Johann Gudenus Visitenkärtchen sowie ein zusammengefaltetes Stück Papier aufgefunden, die Rückstände von suchtmittelverdächtigen Substanzen aufweisen. Laut Protokoll der Hausdurchsuchung, so berichtet Zack-Zack, öffnet Gudenus in Schlafkleidung, als die Beamten die Wohnung durchsuchen wollen. Dort finden sie dann auch zwei Faustfeuer und zwei Langwaffen, die ordnungsgemäß versperrt sind. Die Story schlägt hohe Wellen. Gudenus-Anwalt Heinz-Diet Maschimanko reagiert prompt und bestreitet jeglichen Drogenkonsum von Gudenus. Und auch Gudenus selbst platzt der Kragen. Er droht Peter Pilz in einem Posting mit rechtlichen Konsequenzen. Und er distanziert sich von jeglichen falschen Darstellungen. Ebenfalls könne er nicht für fremde Visitenkarten zur Rechenschaft gezogen werden.